die leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren aufnahme des orif events heute zusammen mit orif und den leuten von rushrunner hhsc ist das und damit wünsche ich herzlich willkommen und ich schalte mal den sound der anderen leute wieder ein so wir haben jetzt auf jeden fall vor ein bisschen hier mit battle sander an loszuziehen das war das ziemlich witzig denke ich mal nicht mit euch viel spaß damit so ich mich der platz hoch wobei bei barry bei berlin oder sind doch ja 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 da und er braucht das bei liebe die kriegen also ich kann auch noch ein ja aus dem tf sind ja das ist ja dann können wir uns schon mal richtung westen begeben die westliche straße nehmen so noch mal durchfragen die die link youtube gefragt haben wollen es machen oder nicht was ich war gemütet um die anmoderation zu machen ob sie nichts dagegen haben also ich habe keine einwände hat keiner was gesagt hat dagegen richtig also stört es keinen denke ich mal ja gut das müssen wir uns machen auf der tüntchen bei dem läuft's halt aber hallo dann gehen wir gleich die party ab so jetzt alle bitte einmal den rücken zu klären einmal umdrehen wir folgen der den waschwander er wird die wegpunkte setzen so sagen wir schon in dem seine richtung fahren schwanger rechts und erst mal hier sammeln wir sammeln uns erst mal nicht hinter dem bundesamt bundesland aber der bundesamt dann wird als letztes hatten die kurven alle rücken ist vor er ist voll kraschen geht es so knapp als wieder so sind dann alle da kann aus meinem hinteren aus dem von brief ist noch einer rüber steigen was das keine random sind guck mal splash game an ist ein aus deinem sun die rüber bitte in den sun die bravo 3 das ist ein random ach so ok wenn wir denn alle fertig sind sind jetzt alle hier wer wer ist jetzt bei darks drinnen boris ach so ok ach scheiße steht aber unter 1 oder 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 1 der boot ist ja merken wenn er vermisst werden würde so eine kolonne fällt doch recht auf nein überhaupt nicht dafür nicht wieso ich schneller wie laptengamer bin obwohl wir die gleichen sammeln haben weil ich immer wieder abgrenzt um rush nicht zu überholen warum ist er bei mir im lande meiner ist so langsam so wir fahren dann über den alpha wegpunkt direkt zum bravo wegpunkt dann weiter und 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 hier wird die besoffener ja genau jungs nimmt den alkohol vom steuer ja ja ich würde geblitzt auf der google müsst ihr aufpassen ach so ja scheiße er ist für ihn hat er sich nicht so schnell gebraucht ja ja in jungs ja das ist in Ein anderer von Barrel, der Renator, der ist ein bisschen zurückgeblieben hier. Ja, wir machen hier beim Alpha-Wirkpunkt erst mal einen kleinen Stopp. Wenn wir alle aufgeschlossen haben. Lufteinheit, äh, linke Seite. Ja, dann ruhig raufschießen. Oh, oh, der wird sich ja freuen jetzt. Er dreht einfach sofort ab. Die hat auch schon ein halbes Leben. Aber er war einfach wie ein Brot. Selbst nicht, verdammt. Er versucht sich zu retten. Hat er aber noch geschafft. Wenn er so eine Sundera-Kolonie sieht. Genau sowas ist der Grund, warum ich diese Events liebe. Microphone activated. Ich glaub, der benachrichtigt seine Kollegin. Genau, da hat er irgendwie auch getan. Hoffentlich ist das ein Einzelspiel. Auf jeden Fall ist er down. Ja. Ja. Der hat seinen Spaß gehabt. Achtung, ich glaub, der Flasch. Ja. Was? Der ist down next. Da ist er häufig fast mehr die Flasch. Als du es dir verdient hast. Ich glaub gratuit und nicht, was wir haben, dann ver Heroin mit denen verdammt. Das f史 du mir gemacht hast. Ja. Das ist doch die Flasch. Die investition brauchen. Genau, wenn der da unten steht. oder sowas wo ist das von uns die leute wir fahren jetzt weiter zum plateau weg kommt betrunken am steuer das ist eine liebe von erfahren ja die so weit hinten trotzdem ist ja einen gewissen punkt rankommen lassen damit wir auf jeden fall gleich feststellen dass das weiße marcus ist dann können die reise weitergehen zum nächsten mitpunkt wir werden denke ich mal die alle uns hier folgen die osten gleich auf widerstand treffen eben uns geleitschütz denken sich ja cool das sind ganz viele sandys die ich verfolge die mal kriegen auch mal ich will auch daneben herfahren die denkt sich jetzt auch ohne die deckte der bauernst du hast geplatzt so leute jetzt kommt der widerstand die erlösung gerade steht noch einer wird zurück 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 nicht zu weit vor nicht zu weit vor ich kann auch nicht schießen ich kann auch nicht schießen jawoll ach und da ist eine mix auch rausgekommen oh mein god links steht auch noch an links steht auch noch an links ist noch ein zander links da ist ein leitling jungs am berg links am monitor nordwest da ganz oben auf dem berg links mitten auf der bergspitze ja sie haben es schon wieder auf der straße hier sind nicht blind da steht ne max die haben wir uns markiert hoch die im außen rechts von uns abo libi 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 von rechts auf der straße hier sind die liberator im süden im südwest ich bin hier lieber vorne zu sollten glaube ich nicht so lange an einem ort bleiben sonst kommen da ganz viele flugzeuge und so ja lassen sie erstmal nochmal drüben die libs von hinten die libs von hinten die libs von süden die libs von oben leute nochmal zurück 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 Omogen årt gibt jetzt ein gefundene sport ausgezweifliche gefarms haben wir da entweder wir flanken Claus ganz ruhig hinswerte das kommt von vorne der hier weiss dart recordings ja direkt zurück dort wieder zurück ich bin der noch getroffen die zwei stück mein gott den bleiben da weiter jetzt habe ich nur unsere lappen geben wir ganz ein bisschen vorfahren oder irgendwas ich kann nichts mehr die große ist der eigentlich nicht schießen wir sind ohne machen naja das ist am besten wenn ich vorne in irgendeinen einstellt ja bravo drei hat doch noch ein schützen zu wenig oder ist bei uns sind dann die hinter uns zwei leibnicks wir ein bisschen zurück wieder hinter uns ein bisschen mehr zusammen damit wir uns hochholen berg steht irgendwie der ist ein leibnick hinter uns leute wir wollen wir jetzt zurück zum plattewegpunkt erstmal das ist ein weiterer aus der straße rückwärts naja ich weiß da ist ein lightning die fangen richtung südwesten rechts rum leute rechts rum hieß es auf der berg auf dem werk haben ja leute auftauchen jungen zurück die da vorne sind nummer zehn bis zurück also knapp 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 freundlicher leiligen da ist ein thunderer hinter der muss weg wegen fliegenden einheiten wie ist noch brandunterdrückung nein nein passt schon nicht ist schon raus danke gelaufen jetzt gucken wie lange wir noch mit den dingern überleben ach weichen wir haben letzt mal haben wir auch ein weichen überlebt aber wir sofort weil wir weiter gerade kaputt ja beim letzten mal waren ja auch bloß keine schlachten abjubel fährt ein sandra auf der brücke auf der brücke ist ein sandra ein feindlicher er freut sich jetzt an auf der brücke warten wir jetzt noch jemand da kannst du kurz aufmachen hier oben oder gerade nicht wieso krieg ich auch mal ein anderer aus offen lassen offen lassen perfekt ok wir müssen in die andere richtung zum plateauwegpunkt wenn wir da noch was da los ist wenn ich die grüße jetzt ein stück zurück dann wäre ich soll die reise welche richtung südwesten er hat er die ganze Zeit mit uns mit weil er hier ist ein guter Rapport wird wahrscheinlich und Unfall gebaut mit betrunken steuer stimmt nur ins land eh gelaufen ist dann war ja ein toller stund ne der stoppt wenn dir stoppt die liebi fliegt auch uns hinterher ein ne die braucht nicht ne ne die gebraucht Boris wo sind deine Heulhupe wieso Heulhupe ich durfte sie nicht mitnehmen ne oooh Duck war dagegen ja äh Hiressa da rechts in der Garage die Hupe wenigstens hätten wir ihn ja klar Harry down na gut wir haben ein bisschen mehr fahren wir gleich wieder zurück wie ist was du musst auch wieder raus die Gegenteil rücksichts nach beim Straßfack ja rechts vor links also nicht vor dem recht weg hier da steht kein Vorfahrtschrack für dich ey da ich halt hin ja guck dich mal Leute da hinten sind zwei Sandler ja 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 hm oh da sind drei da sind drei Sandler bleib zusammen bleib zusammen bleib zusammen bleib zusammen wenn ich drauf schieße ich denke mich glaube ich gerade what the fuck fahrt nicht so weit voraus biest da da ist noch einer rechts vorbeigefahren also der ist geflüchtet ja dem hinterher denn er freut sich da wo der Weggart ist da ist der dann da rechts einheit ist da oben unten ach die Liberate ist das ein Liberate oder Valkyra auf jeden Fall wird die geheilt werden da das kommt auch wieder her ich glaube der ist ins Warp Gate geflüchtet ne ich glaube der ist aus dem Grund gefahren oder geplatzt Achtung oh das war knapp das ist unser ja ja so wir treffen uns erst mal wieder beim Palatulweg kommt ein nicht ich aber ja was sagt mir unsere standard folgen gefallen euch besser hier kann ich ja nicht ganz so viel reden ich muss mich immer muten auf den PS weil es die anderen stört aber trotzdem vielleicht gefällt sich ja trotzdem Mikrofon activated mit Eisstaub Abgase von dem Wagen kommen vorne raus was der zwischen seinen Auspuff Beschuss von rechts Raketenwerfer oder Lightning ich weiß es nicht wir fahren weiter gar nicht nein mein okay k 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 Uuuuh! Das ist so wild! Weckay! Oh Gott, ihr habt echt eine fucking große große Sache. Es ist nur ein Mutant und einfach kundin. Es ist echt einfach eine reine Erklage. Es ist nur ein Mutant und einfach kundin. Es ist nur ein Mutant. So, jetzt geht's. Rechte Feuerwehr. Äh, Leichte! Entschuldigung. Du hast es geschafft. bei der vorbeider zum beispiel bei der vor wir sind überall das mal die vorderen stück zurück die besseren vorfahren zum decken und rammt sich einfach gegen uns auf dem hügel stehend rein auf nügel links will mich jemand wieder einladen ja schön würde sehr schön da sind die liste da hinten jawohl da kommt dann einer dankeschön auch war der schlange so 2-3 wir werden jetzt bestimmt von hinten kommen die ganze zeit beschossen wenn wir zwei neue jahre haben können wir auch gleich noch einen neuen zander auf ähm noch holen willst du schnell zurück oder wo wie bitte jetzt fehlt eigentlich richtige flugzeug weil die jetzt am berg der river locker weg hauen mehr das problem gerade eben mit rettipport ist ein alt bekanntes problem bei blende seid aber naja damit findet man sich mit der zeit zurecht und weiß wie man die leute gemütet bekommen das geht das stimmt aber bei kleinerheit geht alles los da sind du hast den marke die erinnerung es sind ich sehe nichts ok der hat aber jetzt ja auch weniger anzeigereichweite der sandler nur 15 meter naja dann fahren wir einmal rum die basis das denn das war noch zu den beiden in warte schlangen von dem her würde ich sagen warten lassen und ich kann da erst worden bei der basis also dann gibt's massacra daher das ist ja deren basis ja klar jetzt mich auch gut in der tante wisstbar ich glaube es wäre geschickt die base zu wechseln weil sonst kommen die hier gleich mit einer riesen armee ja da liegen wieder mien da oben rum ja wollt ihr oben bei der runde ja liegt schon wieder panzer wieder auf der straße inzwischen durch den zwischenstopp machen wenn ich das so gehört wo ich den zettel mit schlangen ich hab nur nicht so viel äh gezerrt meine necks das ist ja ja ist meine panzer vorne osten ist sauber für den schild hab ich noch nicht so gezerrtet ok leute wir fahren wir fahren einmal zum wegpunkt zum nächsten was tun wir uns denn nicht für die die ist von uns die balltüre da kannst du zu uns zum fahren ja machen wir auch wenn wir ganz kurz nichts ab vorsichtig haben wir kein munich sondern doch da muss ich sind andere geht aber leider ja ach so ja der kanon ist gut so gut wie leer geflötet bei dem ja wo es geht er meine trabster name treten wir sonst könnten auch im zweiten munich sondern das ist noch zweite kanon ich wollte nur bescheid sagt dass seine erste kanone gleich leer ist ja wobei theoretisch wenn wir zwei neue leute haben bekommt der poster oder mit rein und dann hast du ja mit drei leute für uns andere wieder um können moniz und aber dann haben wir das problem auch schon mal nicht bei der ist ja eben das ganze von dem da kommt der ecken daran geschießt ja rappt mal den river wo es halt mal ganz kurz zum platz reichen in norwegen kann dann hier kann dann hier und ich kann ich drüben ich bin als mexer aber es darf kann man kann aber ich sitze drin ach die bei sich von der anderen städte wozu geht es bei euch auch zurzeit so geht was wird angeschossen alles glaubt alles flüssig 60 effektiv das ist doch was da hat jetzt er zockt jetzt auch wieder planen zu er ist auch gerade online wieder er ist seit gestern wieder da das ist die 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 so wie ich die die und ich sie meinen zanderer beziehungsweise zwei jetzt brauchen wir und drei er war ja zwei in die luft geflogen sind nein drei zwei leute noch dann da ich weiß ich muss einfach zerquetscht Bitte bei den Jägers Kurs... SG, kommst du bei mir in Sandi rein? Ja, äh, die Wadeschlange dauert noch ein bisschen. Beilaut ist noch drin. Waren das gerade für ein epischer Bug? So, hier ist ja bitte ganz kurz einer drin, der den Munitionssender... ne, den Munitionssender verhält. So, Repsender. Dark? Ja. Können eigentlich auch Mix spielen, aber ich hab den Schild noch nicht ganz gezerrtet. Äh, wir machen jetzt gerade Sandi, von dem wir erst den Wechsel hätten... Warte, warte. Ich steig gleich an bei dir, du. So, nun mal eins. Ich bin auch, ist er mir? Ich bräuchte mal ein paar, äh, ein Sandi mit dem Bulldog. Gibt's nicht. Können wir jetzt einfach Trupp einsetzen, dann bin ich direkt bei euch. Und der Kurs ist dann noch. Super. Ähm, wie ist das nicht? Äh, ich will nicht hier an die Kanone. Nymph. Und Nioschinski, du wirst den anderen Repsenderer fahren, der jetzt gleich dazu kommt. Ne, noch für dich die letzten dazu kommen. Ne, noch für dich die letzten dazu kommen. Denn oben ein anderer, der gut fahren kann. Äh, kann ich sagen. Einer muss bei Chris an die Kanone ran. Es kommen ja jetzt noch zwei Leute dazu. Einer von Chris' Sandra, bitte da einsteigen und ihr, hauptsache ein guter Fahrer. Neo, komm doch wieder rein. Ja, Neo, komm. Ich bin hier gerade mit Truppe einsetzen hergekommen. Äh, Chris, einer von euch muss aber den Sandra fahren, für die zwei Leute, die jetzt da dazukommen. Irgendjemand bitte, wir wechseln zu Medic und den hier wiederbeleben. Wollfließt er. Irgendjemand bitte, Medic. Ist jemand da unterwegs? Gut. Du Medic. Ja, schön. Irgendjemand. 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 Also wenn kein anderer Fahrer gefunden wird, kann ich auch fahren. Okay. Bist du crazy für Sandra auch? Hallo. Was? Ach, mein KD ist mir eh egal. Irgendjemand. 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 Soll ich hier einsteigen? Ich bin beim Lappen-Gamer drinnen. Ja, dann hierher. Hierher zu mir. Irgendjemand. 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 Okay. Nein, nein, nein. Nicht da rein. In den Sandi. Der rumplingt. Aber nicht rein. Dankeschön. Der kratzt mir nicht. Ah, jetzt. Jetzt fährst du zum Bohrgänger und der Bohrgänger fährt. Klar, es entstehen auch immer wieder langweilige Fasen in solchen Events. Jetzt fährst du wieder aufgeschraubt, aber das kann man gerade noch überleben. Alter, was ein großes Angebot. Wie episch. Ich brauche aber noch einen Schütze jetzt und der Lappen-Gamer nicht. Nee, ich nicht. Ich habe drei. Aber ich habe nur einen halt. Theoretisch sind zwei dazugekommen. Also eigentlich muss irgendwie... Ja, aber der Dings, der Dings hier. Best Gamer fliegt. Best Gamer kann irgendwie einsteigen in so einen Sandra. In Wargamer. Na, wenn ihr fertig seid, dann... Boah, Gamer fliegt mal mit den Lichtern. Dann habe ich schon wahrscheinlich das selber aufgegeben. Best Gamer. Best Gamer. Jetzt haben hier alle Raps angeht, oder was? Let's rock'n'roll. Alter, wie geil. So, ich gebe schnell nochmal einen Wildpunkt raus. Leute. Nicht trinken. Oben müssen ein Licht. Ihr auch. Ist weg. Perin. Schon eingeschlafen. Der Sonntag. Nee, ich hab gut. Ich wusste nur. Ja, ja, ja. Ich weiß. Das ist 80. Aber ich will es jetzt nicht erklären, weil... Das ist unwichtig. Jawoll, abgeschossen. Oh! Wies, was machst du? Den Berg hochfahren. Aber was sieht es sonst aus? Oh, der wird weg. Der ist gar nicht. Der ist gar nicht. Der ist gar nicht. Der ist gar nicht. Der wird sich freuen. Der wird sich freuen. Das Mann. Sandra. Die Mühe. Ja, Sandra hat gerade aus, Leute. Sandra. Auf den Sandra schießen. Nicht in die Luft. Alle auf den Sandy. Da sind ganz viele Leute auch. Alter. Der ist weggefahren, so. Passiert. Ich hab ihn. Ja, haha. Schön, schön. Abgestaubt. Wir müssen ein bisschen weiter rum, weil die von der Seite... Äh, Rushrunner, pass auf. Vor dir ist da jemand vom Rissen. Fahrzeug auf den Schuss. Fahrzeug auf den Schuss 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 auf den Schuss. voraus. Schützt. Ist ausgestiegen. Brawler rechts Der ist halt schonmal auf der rechten Seite. Der Brawler weg. Brawler rechts. Brawler rechts. Brawler rechts. Brawler rechts. Brawler rechts. Brawler rechts. dealing aus. Rechts Brawler. Nord-Osten. Zwei Stück. Da sind ganz vorne wo ich bin. Zwei. Und wereter lange so den Frau fahren. Ja, ich war da gerade. das geschützt zerstören leichte 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 aufpassen in den skaterpanzer voraus nicht so weit wir müssen im ball bleiben und am besten nicht in die schuss und ganz langsam immer vorfahren stück für stück meter für meter ganz lang und vielleicht leichter ist vielleicht der aufschließt oder langsam vorfragen leichtes down nicht rein und versucht immer ein bisschen nur halt nur nicht alles zu erzählen gröss warte 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 grüß aber ein stückchen zurück muss mich nicht da und extra der heiz und panzer danke hinter euch den wechseln habt ihr seid da in der saktkanzung und der warte ist es gibt rechts hoch nord ost geht es hoch nordwest oder brücke liegt die waren im nordosten hoch da sind aber noch zwei zanderer da ja wortchen in der fahrer sagen könnte hier nicht auf der straße bleiben weil die der herröser hat sich selbst oben da sind sie hier und ne nechze sehr schön leute weiter aus meinem sander schießt da oben ist eine leichte die fliegt da rum mit drifter ja achtung da kommt er hier ich hab sie super bei kürich kommen vielleicht doch sind bei kürich du musst vor aus dem norden dort vielleicht böse trocken aber ich glaube er nicht hat und hinter uns leuchtet fast und hinter uns oder ja leitende alles hinter uns auf dem ball auf dem ball bleibt einfach im ball wir haben sich verzogen der kür ist da und die leute wir gehen wir fahren jetzt im südosten fahren wir zum eifelweg punkt runter so dass wir sie wieder vor uns haben schenken freundlich auch wieder fest ich hab mir mal oder noch dass sie noch gehen ach so hier bleiben wir hier bleiben wir erst mal wo ich jetzt bin alter wie geil ich habe immer wenn es noch zwei Meter voll ist kann ich auch schießen und sie sind super perfekt lange da liegen zwei Minen kommen wir mal ranlegen und wir gehen dahinter auch die sind ganz ganz weit weg ne nach Westen an den Berg sogar nicht Max auch nüge oh Gott die Arme ich glaub sie nicht Alter wenn man sich einmal mal das Feuer anguckt Lippen oder Galexie Galexie großartig auf dem Weg Alter gut weiß ich bin ausgestiegen der Tod noch ein paar doch das tut ja und wie die ganze Schüsse und da war ein Prowler da ja Herr Ressler rechts auf dem Berg okay Leute wir fangen langsam wieder weiter der haut ab vor uns war gerade noch ein Prowler Achtet bitte auf die Pansamin Leute ja ich habe Implantat wenn wir nicht in die Richtung vom Wegpunkt dachte ich ja ne 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 wir fahren jetzt doch woanders hin wir drücken jetzt hier die Tyraner ein bisschen weiter raus einfach immer dem Stern hinterher da bist du wirklich hinter uns war gerade ein Flash aber ich glaube nicht ja rechts zwei Leitern rechts zwei Leitern geht auf den rechten Leitern den rechten Leitern ach so Pansamin ja nur auf den rechten der kommt doch so schnell nicht weg ja perfekt ja und ja wir haben wir mischt vor dem Ehre jetzt das nicht so schnell Achtung 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 links volles Feuer auf den links fahr doch weiter hey Chris stop 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 Chris Chris oh oh Chris ich bin mal da zurück 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 ich sieh sie zurück ja er hat zurück ja ich fahr zurück 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 okay wir fahren zurück wir fahren zurück hinter uns hinter uns woher gekommen sind ja zurück zurück einfach nur Rückwärtsgang einlegen nicht umdrehen nicht umdrehen einfach Rückwärtsgang wo es ihn muss 2 leiden muss immer noch wenigstens der leidens immer noch nicht beim fahrzeug von der höchste ist was für e bei den jungen schießen der leidling unter der brücke leuten können wir treffen bei mir wir haben oben rechts im nordosten vor zwei vorne das zurück lasst zurück zurückfahren leute zurück hinter dem berg deswegen von hinten auf die schliche kommen geradeaus geradeaus vergiss nicht auf zu markieren jungs leute über uns fliegen überall leichte von mir oder woher ja das ist sehr gefährlich die erste ist schon runtergekommen wir haben wir haben ja das ist die drauf ich hab ihn oder sind zwei abwehrgeschütze er macht sie platt los hallo geradeaus meine schützen die geschütze oben weg holen scheiß auf dem flash die geschütze oben ich kann ja ich bin bei der deutschland gerade nicht bewegen wenn ihr euch nervös verschützt vorsicht wir haben gesamt berücker die familie das ist ein panzer min ich weiß es ist ein leitling da steht ein sandra da steht ein sandra man kann die treffen von hier ja rechts dann müssen wir zurück ein stück noch ein stück noch ein stück noch nicht links 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 leitling in der garage der leitling kommt raus ja leitling aber egal wir fahren weiter wie einfach alle leitling verfolgen weil das stück versucht ihr mal ein bisschen weniger weil chris kannst du es nicht schützt sich wieder da alles in ordnung soweit alles gut dann kommt panik auf wenn man merkt dass die kontrolle der panik kommt nicht auf müssen ruhiger werden alle aber sonst jetzt darf man alle reden dass das und wenn ich am besten mit himmelsrichtung so ein wo ihr guckt links ist koppers auf dem land ist kann ich nicht mehr sagen oben unten links rechts der fährt jetzt glaube ich außen rum ja der fährt außen rum rechts rum der fährt weg ich habe ihn noch gesehen auf der karte jetzt einfach ins andere einstecken als ingenieur noch mal was Die Nummer 9 ist ausgestiegen. So, wir werden bei den Vanus jetzt noch mal kurz vorbeischauen. Nachtsagen. Eigentlich hätten wir schon viel, viel mehr Gebiet haben können. Das ist eigentlich... Wir verlieren heute die Technikanlage. Ja, da bin ich ja gerade hin. Aber es ist halt immer schwer, wenn wir... Wir machen ja halt jetzt nur eine Sache. Wir können ja jetzt zum Beispiel jetzt keinen Atem einnehmen. Davon können wir die ganzen Feinde verscheuchen. Ja. Nicht, dass ich noch irgendeine Lip-Bag wollte oder so, da... Ach. Bin ich ja nicht so schnick. Der Reaver hier, der knallt uns ganze Zeit an. Hallo. Moin, moin. Moin. Der Baller hier hat sie mal. Ups. Entschuldige. Alle auf drei feuern oder was? Nein. Haha. Ich war Traditional Eta- credible. Je nach Saak. Ich war nied. Ich war 옳ner. де. Ich war drinnen. Wie larами. Ich war entspannt. Und für mich, weil ich das hier rumkade, Und so weiter mir ist. och variables. geta Park Tagesel cybern attempt, Vielen Dank.